Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kekhoff zu den DFB-Pokal-Tipps für das Achtelfinale. Im Pokal steht die dritte Runde auf dem Programm und ich freue mich sehr darauf, dass wir am Dienstag und Mittwoch wieder genau diese K.O.-Spiele haben. Denn wer von euch damals meine Live-Talks erfolgt hat, der weiß auf jeden Fall, wie sehr ich diesen Pokal-Wettbewerb liebe und in diesem Jahr ist er auch schon jetzt unglaublich spannend. Denn wir haben nur noch in Anführungszeichen 10 Erstligisten dabei, fünf Mannschaften aus der 2. Liga und immerhin auch noch einen Drittligisten mit Arminia Bielefeld. Das heißt, 16 Teams duolieren sich nun um das Viertelfinale und wir gehen jetzt mal rein in meine Tipps. Schauen wir aber erstmal auf die acht Paarungen, die uns am Dienstag und Mittwochabend erwarten werden. Dienstag geht es um 18 Uhr los mit Arminia Bielefeld gegen Freiburg sowie Jan Regensburg gegen den VfB Stuttgart. Am Dienstagabend um 21 Uhr, nee um 20.45 Uhr, das ist die richtige Anschlusszeit, haben wir dann das Topspiel zwischen Bayern München und Bayern Leverkusen und zudem spielt dort auch Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Am Mittwoch dann auch wieder zwei Spiele um 18 Uhr, zwei Spiele um 20.45 Uhr mit Köln gegen Hertha sowie Wolfsburg gegen Hoffenheim am frühen Abend und zur später Stunde dann Leipzig gegen Frankfurt sowie Karlsruhe gegen Augsburg. Im Free-TV laufen übrigens drei Spiele, am Dienstagabend Bayern gegen Leverkusen und am Mittwoch Köln gegen Hertha sowie Leipzig gegen Frankfurt. Ich finde auf jeden Fall, diese Pokalrunde verspricht wirklich einiges, denn wir haben zwei wirkliche Top-Spiele mit Bayern gegen Leverkusen und Leipzig gegen Frankfurt, die sicherlich alle irgendwo Titelchancen hätten und sich damit gegenseitig rausschmeißen und das macht es natürlich auch umso interessanter für die eher kleineren Vereine die Fantasie zu haben, ähnlich wie Casaslaut in dem vorher mit dem Finale weit kommen zu können. Starten wir jetzt also rein in meine Tipps und legen los am Dienstag um 18 Uhr mit Amina Bielefeld gegen den SC Freiburg. Das ist das Duell mit dem größten Abstand der Ligenzügerigkeiten in diesem Achtelfinale. Dritte Liga gegen Bundesliga und Bielefeld ist eben als einziger Klub außerhalb der ersten beiden Ligen noch übrig geblieben. Die Amina ist ja auch in einer gewissen Art und Weise ein Pokalschreck. Schon letzte Saison konnte man Bochum und den HSV auf jeden Fall ordentlich ärgern und in der ersten Runde musste nun Hannover dran glauben und in der zweiten war Union Berlin an der Reihe. Jetzt möglicherweise Freiburg, denn Bielefeld macht es vor allem auch zu Hause auf der Alm immer wieder richtig gut. Und in der dritten Liga, da ist die Amina auch wieder richtig gut drauf. Letzten zwölf Spiele hat man nur ein einziges verloren. Man ist Tabellendritter und bringt natürlich damit auch eine gehörige Portion Mut mit, denn man hat hier in dem Spiel nichts zu verlieren, wenn Freiburg deutlich gewinnen sollte, würde man sagen. Ja, war aber trotzdem eine Erfahrung wert. Achtelfinale ist ein großer Erfolg und diese tolle Kulisse auf der Alm könnte auf jeden Fall dann dafür sorgen, dass Freiburg geärgert wird. Klar ist aber auch, dass Freiburg weiß, wie Pokal geht und trotzdem kannst du in einem solchen Spiel immer stolpern. Und das ist auch bei jeder Mannschaft natürlich immer wieder möglich. Bislang konnte der Sportklub aber eine souveräne Pokalsaison hinlegen. In der ersten Runde hat man Osnabrück mit 4 zu 0 geschlagen, in der zweiten Runde dann den Hamburger SV und in der Bundesliga steht man auf dem starken sechsten Platz. Gegen Gladbach gab es am Wochenende ein 3 zu 1 Sieg und deswegen bin ich mir auch bei Freiburg sehr, sehr sicher, dass man Bielefeld nicht unterschätzen wird. Man weiß ganz genau, was man kann und was vielleicht gegen solche Gegner gefährlich werden könnte und bedingt durch diese Ernsthaftigkeit kann das schon noch ein gewisser Vorteil sein, für die Freiburger gegen eine solche Mannschaft das packen zu können. Und deswegen tippe ich hier auch auf ein 3 zu 1 Auswärtssieg für den Sportklub. Nächstes Duell haben wir dann auch im Programm zweier unterschiedlicher Ligen. Regensburg empfängt Stuttgart und somit haben wir hier zweite Liga gegen Bundesliga. Und der Jan aus Regensburg ist beim 18 Uhr Spiel am Dienstagabend wirklich der klare Außenseiter. In der zweiten Bundesliga ist man Tabellenletzter mit gerade einmal acht Punkten. Und man merkt wirklich in jedem Spiel, es fehlt diese letzte Qualität. Die Frage ist natürlich auch dann, wie präsentiert man sich nun im Pokal? Denn die Liga ist unglaublich wichtig für Regensburg. Irgendwie dort Chancen zu haben auf dem Klassenerhalt, auch wenn es aktuell schon super schwierig aussieht. Der Pokal ist dann wiederum natürlich eher eine gewisse Ablenkung. Das tut vielleicht aber auch mal ganz gut, sich in der Wettbewerb präsentieren zu können, wo es eben dann zwar auch um alles oder nichts geht, aber wo vielleicht auch nicht dieser ganze Druck mit dabei ist. Und man hat ja auch schon Bochum und Fürth genau hier rausgehauen. Stuttgart ist aber natürlich dann ein ganz anderes Kaliber, auch wenn sie selber auch nicht so richtig Konstanz in ihre Leistungen reinbekommen. In Bremen gab es am Wochenende trotz zweimaligem Rückstandes immerhin ein Unentschieden. In der Liga ist man Tabellenneunter. Man hat bereits zwei Zweitligisten im Pokal ausgeschaltet mit Münster und Karlslautern. Und jetzt soll der dritte Bundesligist folgen. Ich glaube, dass das auch gelingen wird. Stuttgart macht es deutlich mit einem 3 zu 0 in Regensburg. Und damit kommen wir zu den Spätabendspielen. Anstoß 20.45 Uhr und wir kommen zu einem wirklichen Kracher im DFB-Pokal. Rekordmeister gegen Vorjahres-Dubelsieger Bayern gegen Leverkusen. Der FCB spielt ja bislang eine wirklich tolle Saison unter Vincent Kompany. Und im besten Falle sollen auch alle Titel her. Der Pokal wirkt vielleicht dann erstmal am unwichtigsten, könnte man sagen. Denn die Bundesliga soll auf jeden Fall wieder über Bayerns Tisch gehen. Da muss man auf jeden Fall gewinnen, um sein Standing zurück zu erobern. In der Champions League war das Finale der Horn natürlich im Fokus. Das heißt, der Pokal ist vielleicht erstmal der unwichtigste Wettbewerb. Aber in den vergangenen Jahren hat man ihn nicht gewinnen können. Man war sehr, sehr selten in Berlin mit dabei. Und deswegen hat man natürlich das auch als klares Ziel. In der Bundesliga gab es als Tabellenführer nur am Wochenende ein 1 zu 1 in Dortmund. Die Leistung war okay. Ich habe das ganze Spiel, wie ihr sicherlich auch alle gesehen. Man hat natürlich schon gemerkt, dass ein Harry Kane nicht so einfach zu ersetzen ist. Aber bislang im Pokal gab es souveräne Siege gegen Ulm und Mainz. Und natürlich hat die Mannschaft eine ordentliche Portion selbstvertrauen. Leverkusen ist natürlich hier amtierender Titelverteidiger. Und trotzdem läuft die Saison noch nicht ganz so überragend, wie man es vielleicht wollte. Man ist zwar Dritter in der Bundesliga, spielt aber einfach zu oft unentschieden und verspielt eben auch zu oft Führungen. Am Wochenende gab es dann den Arbeitssieg gegen Union Berlin. Im Pokal wiederum gab es bislang Erfolge gegen Jena und Elversberg. Jetzt steht ein richtiger Gradmesser auf dem Programm. Und für Leverkusen wird eine Top-Leistung nötig sein. Ich sehe nicht, dass Bayer das schaffen wird. Bayern gewinnt mit 3 zu 1. Das letzte Spiel dann nochmal am Dienstagabend um 20.45 Uhr haben wir auch dann mit Bundesliga gegen 2. Liga. Werder Bremen empfängt Darmstadt 98 und auch seinen ehemaligen Trainer Florian Kohfeldt. An der Weser träumt man ja jedes Jahr von den alten Pokalerfolgen. Und durch Siege gegen Cottbus und Paderborn steht man auch im Achtelfinale. Die Bundesliga-Saison läuft auf jeden Fall gut. Man spielt mal besser, mal schlechter. Manche Spiele sind richtig gut, manche Spiele sind so eher naja. Und natürlich ist jetzt aber auch gegen den Zweidigisten logischerweise der Anspruch klar, das Viertelfinale zu erreichen. Mit Darmstadt kommt aber ein extrem formstarkes Team. Unter Florian Kohfeldt hat man sich nicht nur stabilisiert, sondern auch mit offensivem Fußball klare Schritte in der Tabelle nach vorne gemacht. Man zeigt wirklich richtig gute Leistungen. Und trotz des 0-0 in der Liga gegen Münster bin ich auf jeden Fall dort optimistisch, dass wir ein richtig packendes Pokalduell auch mit einigen Offensivaktionen sehen werden. Genau hier ist man bislang knapp gegen Dresden und Ottensen weitergekommen. Und ich persönlich traue den Lilien tatsächlich eine Überraschung zu. Denn auch wenn wir natürlich jetzt hier acht Duelle haben, wo man vielleicht dann meistens auf den Favoriten gehen würde oder auf der anderen Seite es enge Duelle sind, wo dann auch relativ egal ist, rein von der Favoritenrolle, wer weiterkommt, tippe ich hier jetzt einfach mal auf eine Überraschung. Und ich sage, Bremen stolpert gegen Darmstadt und verliert gegen Florian Kohfeldt mit 1 zu 2. Bering wurde eine skurrile Geschichte, aber hier ist auf jeden Fall dann mal ein Außenseiter-Tipp von mir mit dabei. Und somit kommen wir zum Mittwoch, zum Mittwochfrühabend, Anstoß um 18 Uhr. Und wir kommen zum einzigen Zweitliga-Duell in dieser Runde. Köln empfängt Hertha. In der zweiten Liga wäre das natürlich aktuell Aufstiegskampf pur. Und im Pokal eine super große Chance für beide. Denn ich hatte es ja zu Beginn des Videos angerissen. Dadurch, dass du eben nicht mehr so viele Bundesligisten drin hast, plus sich bei Bayern gegen Leverkusen und Leipzig gegen Frankfurt zwei oder vier Favoriten in einem Zweier-Duell jeweils gegenseitig rausschmeißen, ist natürlich auch für jeden Zweitligisten die Chance extrem groß, weit zu kommen. Das ist zum einen sportlich attraktiv. Man hat an Kaiserslautern gesehen, was das für einen Schwung geben kann, wenn man da so durchmarschiert und dann im Pokalfinale sich so krass auch als Verein präsentieren kann. Aber natürlich, und das ist auch ein wichtiges Thema, es ist auch finanziell unglaublich attraktiv, im Pokal weit zu kommen. Und Köln hat ja in den letzten Wochen auch deutlich besser performt als noch zum Saisonstart. Und vor allem auch defensiv ist man richtig gut unterwegs. In Hannover gab es dann nach drei Spielen zu 0 ein 2 zu 2. Im Pokal wiederum konnte man bislang Sandhausen und Kiel rausschmeißen. Hertha ist vor allem auswärts richtig gut unterwegs. Jüngst auch in Magdeburg hat man 3 zu 1 gewonnen. Die Motivation ist natürlich extrem da für diesen Wettbewerb. Denn der Traum vom Finale im eigenen Stadion lebt ja schon seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten. Und dafür wurde bislang auch schon Rostock und Heidenheim ausgeschaltet. Und somit sieht man eben auch, Hertha hat das Zeug dafür, hier auch in dem Wettbewerb nochmal etwas weiterkommen zu können. Und ich sage auch, dass die Berliner das schaffen. In Köln gewinnt man knapp mit 3 zu 2. Parallel um 18 Uhr haben wir dann auch ein Bundesliga-Duell im Programm. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Der VfL ist ja der letzten Spiele in richtig guter Form. Man hat fünf Spiele in Folge nicht mehr verloren. Und auch am Wochenende Leipzig mit 5 zu 1 zum Platz gefegt. Also die Planspiele, die taktischen Herangehensweisen von Ralf Hasel und Schein auf jeden Fall so langsam aufzugehen. Und das Selbstvertrauen ist somit auch wieder da. Bis hierhin konnte man Koblenz und Dortmund jeweils mit 1 zu 0 besiegen. Vor allem die zweite Runde gegen den BVB war natürlich ein großer Erfolg. Hoffenheim ist aber für mich auch eine Mannschaft, wodurch ich mir ein sehr enges Spiel vorstellen kann. Vielleicht sogar auch ein mögliches Elfmeterschießen. Denn die TSG kann man aktuell kaum einschätzen. Nach dem Trainerwechsel gab es ein wirklich gutes, turbulentes Spiel gegen RB Leipzig. Und man hat dann aber in Mainz 0 zu 2 verloren. Ich finde, diese Mannschaft hat Qualität mit Christian Ilse hat man richtig guten Trainern zugeholt. Aber in engen Duellen gegen Würzburg und Nürnberg hat man sich bereits in diesem Wettbewerb durchaus schwer getan. Ich glaube trotzdem daran, dass es ein ausgeglichenes Duell wird. Dass es vielleicht sogar tatsächlich ins Elfmeterschießen geht. Und dann tippe ich hier auf ein 4 zu 3 Sieg für den VfL Wolfsburg. Wieder 2. Liga gegen 1. Liga. Karlsruhe gegen Augsburg. Der KSC hat ja einen richtig starken Start hingelegt in die 2. Liga-Saison. Die letzten Wochen waren nicht mehr ganz so top wie zuvor. Und gegen den HSV gab es auch dann gestern eine 1 zu 3 Nierlage. Im Pokal hat man Lotte und Offenbach bislang souverän schlagen können. Und natürlich wird man auch hier alles reinhauen. Augsburg spielt bislang eine gute Saison. Auch das Achtelfall ist bereits ein Erfolg. Auf dem Weg dahin hat man ja Viktoria Berlin und Schalke besiegt. In der Bundesliga ist man Tabellen-13. mit dem Heimsieg gegen Bochum im Rücken. Und vor allem zu Hause ist man wirklich bockstark. Auswärts eher weniger. Das könnte vielleicht dann die Gelegenheit für den KSC sein. Glaube ich aber nicht dran. Ich sage Augsburg gewinnt mit 2 zu 0. Und somit haben wir hier auch den nächsten Favoritensieg mit dabei. Und somit kommen wir zum zweiten absoluten Top-Spiel im Achtelfinale. Leipzig gegen Frankfurt. Auf die Liga bezogen ist das Tabellen-4. Gegen Tabellen-2. Und eben auch natürlich auf den Pokal bezogen. Zwei Teams, die ihn auch in der jüngeren Vergangenheit gewinnen konnten. Allerdings herrscht vor allem bei RB eine große Krise. Die letzten Spiele konnte man kaum punkten. Gegen Wolfsburg ist man 15. untergegangen. Und zeigt sich vor allem auch defensiv aktuell katastrophal. Und jetzt kommt natürlich auch noch mit Frankfurt eine Mega-Offensive. Und das ist eben ein anderer Gradmesser als bislang im Pokal Rot-Weiß Essen oder auch der FC St. Pauli. Und die SGE will natürlich auch genau das nutzen. Die Chance, hier weiterzukommen, wäre natürlich dann gegeben. Und erst recht die Chance, weit zu kommen, wäre bei einem Sieg in diesem Wettbewerb gegeben. Das Selbstvertrauen ist groß. Man hat Heidenheim mit 4 zu 0 gestern abgefertigt. Und die Mannschaft ist super drauf als Tabellen-Zweiter. Man hat bereits Braunschweig und Gladbach rausgekegelt im Pokal. Und Leipzig soll nun auch folgen. Und ich sage, Frankfurt wird genau das auch schaffen und RB mit 3 zu 1 besiegen. Und somit sind das also meine 8 Tipps für das Achtelfinale. Wir hätten einen Überraschungssieg, würde ich mal sagen, mit Darmstadt in Bremen. Ansonsten wäre ich eher bei den Favoriten mit eben dann Freiburg, Stuttgart, zudem auch Augsburg. Klar, Leverkusen gegen Bayern, Leipzig gegen Frankfurt, Hertha, Köln oder auch Wolfsburg-Koffenheim sind durchaus enge Duelle. Da gibt es nicht zwingend auf dem Papier diesen glasklaren Favoriten, weil es eben die gleiche Liga-Zugierigkeit ist. Aber ich bin echt gespannt, was wir dort am Dienstag und Mittwoch wieder sehen werden. Ich werde logischerweise alle Spiele verfolgen. Ich freue mich sehr darauf, was wir dort wieder so sehen können. Und uns kann immer gerne auch eure Meinung zu meinen Tipps und eure Tipps in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.